Herzlich willkommen bei Max macht Musik. Du schaust jetzt hier eins der neuesten, brandneuesten Videos, die rausgekommen sind. Das letzte Video ist jetzt sieben Monate her und ich melde mich hier zurück aus der Sommerpause. Ja, der Grund, warum ich mich zurückmelde, ist, weil ich natürlich jetzt die Sommerpause offiziell für beendet erklären möchte. Außerdem gibt es was zu feiern und zwar habe ich jetzt über 500 Abonnenten auf meinem Channel und das ist natürlich ziemlich cool. Das neben der Tatsache, dass ich die Sommerpause beende, ist eine gute Gelegenheit, um noch ein paar Fakten, statistische Fakten rauszuhauen. Und zwar habe ich jetzt insgesamt 38.250 Videoaufrufe auf meinem Channel. Das ist schon mal ziemlich cool. Ich habe 512 Abonnenten. Meine drei besten Videos sind Dreiklänge mit 7.981 Views, außerdem Tonarten aka Quintenzirkel 7.696 Views und 10 Tipps für deine Band mit 3.044 Views. Genau, am schlechtesten abgeschnitten von den Views her hat das Video mit Improvisation, Arbeit mit Phrasen. Fandet ihr offenbar eher lame, aber ist auch okay. Ich wollte euch jetzt nur Bescheid sagen, dass meine Sommerpause hier auf den Bahamas, dass ich die sehr genossen habe. Und ich jetzt wieder anfangen werde mit Videos. Ich werde die Videos allerdings nicht mehr wöchentlich rausbringen, sondern eher in einem ganz entspannten Tempo. Vielen Dank an alle, die meinen Kanal abonniert haben, die die Videos kommentiert haben. Das hat mich immer sehr gefreut. Und die auch Vorschläge gemacht haben dafür, was als nächstes drankommen sollte. Wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann postet das gerne unter dieses Video. Und ja, demnächst könnt ihr euch wieder freuen auf weitere Videos. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch eine schöne Zeit und bestelle euch schöne Grüße hier aus dem Urlaub und bis dann.